So, wir sind bei Tag 6 angelungen. Jetzt muss man kurz gucken, die 6 ist hier oben, ein längliches Fach. Fantastisch, und wir haben hier, fantastisch, Stroh, so und wir haben hier Nippon, ja, Nippon, tatsächlich, die mag ich sogar sehr gerne, allerdings in den gängigen Leben, die ich immer so typisch einkaufen gehe, haben sie die gar nicht, aus meinem Kopfpark und so, fantastisch. Wenn das so weiter geht, wird das noch eine ganz dröge Sache. Tja, wir sind gleich bei Tag 7, das heißt, wir haben schon ein paar Tage geschafft. Tja, wir freuen uns auf den nächsten. 15. Untertitelung des ZDF, 2020